Das macht er, ne? Wenn er so trickt, macht er doch bei dir. Der läuft doch, ja. Der dritte Weltkrieg steht bevor. Gut, Gustav, wir kommen rum. Machen wir ein bisschen Lächeln, Gustav. Könntest du hier mal hinten was auf deinen Kopf tätowieren? Du hast einen Koffer halten, Mensch. Das ist eine blöde Bequatsche. Das ist eine blöde Bequatsche. Gut. Die Tür schießt das, die Tür schießt das, die Tür schießt das, die Tür schießt das, was er ist. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020